Ja Leute, herzlich willkommen zu Christophs Aktienkurs und diesem kostenlosen Tool, was ihr euch auch in der Videobeschreibung runterladen könnt. Und zwar handelt es sich dabei um ein Kurszielrechner für die Amazon Aktie und ich möchte euch das Ganze hier ein bisschen vorstellen und erklären und natürlich auch letztendlich zu einem Fazit kommen, dass eigentlich die Unternehmensbewertung nur eine absolut zweitrangige Rolle spielt bei dem ganzen Thema Aktieninvestment, aber dazu später nochmal mehr. Was habe ich gemacht? Also letztendlich ist es relativ wichtig, dass Amazon ja tendenziell sich eigentlich nicht über das Kursgewinnverhältnis bewerten lässt, weil sie zum Beispiel sehr, sehr hohe Abschreibungen haben und die muss man eigentlich dann dem Cashflow wiederum zurechnen. Das wird aber im Kursgewinnverhältnis nicht berücksichtigt. Deshalb, und das hat Amazon auch selber schon und Jeff Bezos selber schon 1997 im Börsenbrief geschrieben, das Unternehmen ist Cashflow gesteuert. So und was habe ich gemacht? Ich habe hier mal die Umsatzentwicklung 2006 bis 2017, also die Ist-Zahlen abgetragen. Dann hier nochmal informatorisch, wie war das Umsatzwachstum immer im Vergleich zum Vorjahr und wie hat sich der operative Cashflow von Amazon entwickelt? Und da sieht man schon, der ist eigentlich ohne große Unterbrechung stetig mit einer ordentlichen Rate gestiegen. Und dann habe ich hier nochmal gesagt, okay, wie ist eigentlich der operative Cashflow in Prozent des Umsatzes? Ja, also ich teile einfach den operativen Cashflow durch den Umsatz des jeweiligen Jahres und dann habe ich hier so einen Mittelwert von irgendwie, ja, 9 bis 10 Prozent jedes Jahr. So und jetzt ist eben die Frage oder jetzt geht es im Prinzip langsam los in das Bewertungsthema und zwar, jetzt muss ich mich ja auf der operativen Seite mal fragen, wenn ich mal ein Kursziel für Amazon ausrufen will für zum Beispiel das Jahr 2020, so wie es hier in diesem Tool entsprechend der Fall ist, dann muss ich erstmal eine Prognose anstellen, wie wird das Umsatzwachstum in den nächsten Jahren sein? Das könnt ihr hier spielen, ja, das heißt, jetzt mache ich mal ein bisschen kleiner, damit man das auch ein bisschen auf dem Chart hier sieht. Wenn ihr jetzt mal schon sagt, Amazon wächst nicht mit 25 Prozent, sondern nur mit 10 Prozent, ja, dann ergeben sich natürlich hier ganz, ganz andere Metriken. Dann ist natürlich auch der Umsatz in 2022 hier deutlich geringer, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit 25 Prozent wachse. Das sind einfach riesengroße Unterschiede. Ja, was man noch auswählen kann, ist das Thema operativer Cashflow in Prozent vom Umsatz. Ja, hier habe ich jetzt einfach mal gesagt, ja, bleiben wir mal so auf dem Niveau der letzten drei Jahre, so rund 11 Prozent. Man kann natürlich davon ausgehen, dass Amazon die Marge weiter steigern wird in den nächsten Jahren und dass sich das auch im operativen Cashflow widerspiegelt. Deshalb kann man halt auch mal mit 12 Prozent spielen oder auch mal entsprechend mit 13 Prozent spielen und sieht dann im Prinzip auch hier, wie sich der operativer Cashflow entwickelt. Also ihr seht im Prinzip hier Umsatz, das ist im Prinzip diese durchgehende Linie, das ist hier die rechte Achse und der operativer Cashflow ist dann hier auf der linken Achse. Ja, und ihr seht im Prinzip dann ab 2018 hier diese anderen Farben. Das ist dann sozusagen der Prognosezeitraum. Also hier kann man dann ganz toll spielen, das mal als sozusagen die beiden wesentlichen Steuerungsgrößen für die operative Geschäftsentwicklung und dann geht es natürlich im zweiten Step in die, ja, indikative Bewertung und auch hier das Ganze natürlich wieder Cashflow basiert. Das heißt, was habe ich hier mal gemacht? Ich habe hier auch mal wieder die Ist-Zahlen abgetragen. Hier wieder der operative Cashflow, den kennt ihr schon von dem ersten Reiter. Und ihr seht dann hier die Anzahl der Aktien und die sind eigentlich sukzessive, ja, mit so einer recht recht geringen Rate immer weiter gestiegen. Das liegt natürlich auch daran, dass entsprechend Aktienoptionen herausgegeben werden für die ganzen Mitarbeiter. Das heißt, da kommen dann immer wieder ein paar neue Aktien auf den Markt und das habe ich hier mal auch für den Prognosezeitraum entsprechend fortgeschrieben, dass sich also die Anzahl der Aktien entsprechend leicht weiter erhöht. So, dann kann man natürlich ganz leicht ausrechnen den Cashflow pro Aktie, indem man eben einfach, ja, letztendlich die, die, die gesamt, den operativen Cashflow durch die Anzahl der Aktien teilt und dann hier nochmal abgetragen den Aktienkurs per Jahresende, alles im US-Dollar und dann hat man hier entsprechend auch ein, ja, Kurs-Cashflow-Verhältnis. Und dieses Kurs-Cashflow-Verhältnis war in den letzten zehn Jahren so bei rund 24, 25 im Durchschnitt, also man sieht es auch hier an dieser zackigen Linie, das pendelt halt immer irgendwie um diesen Bereich, aber da sind schon durchaus auch entsprechend starke Schwankungen vorhanden. Und jetzt muss man natürlich sich überlegen, ja, mit welchem Kurs-Cashflow-Verhältnis will ich denn jetzt mal die Prognose anstellen? Ich bin jetzt einfach mal hier mit 25 eher so auf dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre unterwegs, etwas drüber und dann kann man im Prinzip, ja, hier noch den aktuellen Kurs in US-Dollar eingeben, jetzt per heute, 30.04. müsste das so ungefähr der aktuelle Kurs sein, könnte etwas höher, etwas niedriger sein, so 1.500, knapp 1.600 Dollar. Und dann rechnet dieses Tool im Prinzip anhand der, ja, operativen Cashflows, die ihr sozusagen hier auch modelliert habt mit der entsprechenden, mit den entsprechenden Umsatzwachstumsraten und auch mit dem Cashflow in Prozent vom Umsatz, ja, also diese Cashflows, die fließen dann sozusagen auch hier eins zu eins wieder rein und werden dann entsprechend ins Verhältnis gesetzt mit der Anzahl der Aktien und dann sieht man entsprechend hier die Cashflow-Rechnung und dann, ja, wie errechnet sich letztendlich hier dieser Aktienkurs von 2.700 Dollar, indem ich eben einfach meinen Kurs Cashflow-Faktor mal den Cashflow pro Aktie rechne, dann komme ich entsprechend auf den Aktienkurs und das ist schon ganz interessant, das heißt, wenn man jetzt mal davon ausgeht und deshalb biete ich euch dieses Tool auch mal zum Download an, es ist einfach was zum Spielen und man sieht einfach mal, wie schwierig Unternehmensbewertung ist, ja, nehmen wir mal diese Zahlen, 25% Umsatzwachstum, 11% operative Cashflow-Marge, dann entsprechend hier ein 25er Kurs Cashflow-Verhältnis, so wie es in den letzten 10 Jahren im Schnitt war und den aktuellen Kurs, dann komme ich per 2020 auf ein errechnetes Kursziel von 2.700 US-Dollar, das ist ein Renditepotenzial von 74%, im Durchschnitt sind das 15% jedes Jahr, gar nicht mal so schlecht, wobei die Aktie in den letzten Jahren natürlich deutlich stärker gestiegen ist. Jetzt machen wir mal folgendes, jetzt gehen wir mal auf ein Umsatzwachstum von 10% durchschnittlich in diesen nächsten 5 Jahren und sagen mal, ah, der operative Cashflow bleibt bei 11%, was passiert dann? Ja, dann ergibt sich auf einmal das Folgende, dann habt ihr auf einmal hier sogar per Ende 2020 einen, ja, geringeren prognostizierten Kurs als den aktuellen. Woran liegt das? Es liegt natürlich daran, dass aktuell dieser Kurs ungefähr ein, ja, Kurs Cashflow-Verhältnis von knapp 40 aufweist, das heißt, die Amazon-Aktie ist auch historisch gesehen gerade eher hoch bewertet, auch was das Kurs Cashflow-Verhältnis angeht, ist nicht so tragisch, wenn das Wachstum entsprechend stark weiterläuft, wenn ich aber eine entsprechend geringere Wachstumsmargen habe und ich davon ausgehe, dass das Kurs Cashflow-Verhältnis sich in diesen nächsten 5 Jahren wieder auf dem Mittelwert, so von 24, 25 bewegt, dann, ja, erwirtschafte ich letztendlich hier sogar eine kleine Negativ-Rendite. Man sieht also einfach mal, wie unglaublich schwierig Aktienbewertung ist. Jetzt gehe ich mal auf 35% Umsatzwachstum und sehe auf einmal, was hier passiert, ja, 155% Kurspotenzial, im Schnitt 26% jedes Jahr. Das ist im Prinzip auch nochmal so ein bisschen das Fazit dieses Videos. Ihr seht also, das ist im Prinzip auch das Thema bei der Aktienbewertung, auch bei Discounted-Cashflow-Verfahren. Es kommt massiv darauf an, ja, welche Variablen ich einsetze, welche Wachstumsraten ich annehme, welche Margen ich annehme. Davon hängt eben letztendlich dann auch so ein Kursziel und so eine Aktienbewertung ganz massiv ab. Deshalb meine Quintessenz nimmt mal dieses Tool, spielt einfach mal damit rum, um selber mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie letztendlich Amazon auch performen muss, damit die Aktie überhaupt weiter steigen kann. Ihr könnt, wie gesagt, diese gelben Felder hier frei modellieren. Ihr könnt auch alles modellieren. Checkt das einfach mal aus. Aber macht euch letztendlich mal klar, denkt lieber über die operative Entwicklung, über das Geschäft nach. Hat dieses Unternehmen Zukunft? Amazon ist ein extrem kundenorientiertes Unternehmen, extrem innovatives Tech-Unternehmen, extrem innovativer Tech-Konzern. Das ist letztendlich für mich das viel Entscheidendere. Man kann am Ende eine Aktie nicht wirklich bewerten. Es gibt immer irgendwie eine Range. Man muss immer gewisse Annahmen, Prämissen treffen. Es ist immer hilfreich, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie eine Aktie gerade bewertet ist. Wie gesagt, die Amazon-Aktie ist jetzt, hier ist jetzt nur das Jahresende 2017 mal abgetragen, aber jetzt per Ende März ist die Aktie sogar hier so bei einem 40er-Kurs-Kest-Schlur-Verhältnis. Also auch da schlummert natürlich zumindest mal auf Basis der historischen Daten ein gewisses Rückschlagspotenzial drin. Aber ja, man weiß es halt nicht. Und das ist ein bisschen die Quintessenz. Ich hoffe, dass ich euch mit dem Video mal wieder ein bisschen näher bringen konnte, wie schwierig eigentlich Aktien bewerten. Spielt mal ein bisschen mit dem Tool rum. Sagt mir mal Bescheid. Wie ihr das Ganze findet und das Ganze für euch hilfreich ist, dann kann ich sowas in Zukunft auch gerne mal öfter bereitstellen. Ansonsten, wenn ihr immer noch auf der Suche nach dem Depot seid oder nach einem guten Buch zu dem ganzen Thema Unternehmensbewertung, Kennzeilenanalyse, habe ich hier nochmal ein paar Affiliate-Links reingepackt. Bekomme ich eine kleine Provision für euch. Entstehen dabei keinerlei Mehrkosten. Müsst ihr aber natürlich nicht darüber eröffnen. Das steht euch absolut frei. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Tool und sagt mal bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.